Da steigen wir jetzt ein. Jetzt sind wir angekommen und Thomas sucht verzweifelt das Auto. Hast du es gefunden? Hat er? Das war's für heute. So, jetzt fahren wir auch mal durch Tromsø und Sø am Tag. Tromsø, bei Tag und bei Nacht immer das gleiche Bild. Das ist wohl die nördlichste Kathedrale weltweit. So, wir sind auf dem Boot zum Wale besichtigen. Martina, erzähl mal unseren Zuschauern, was du hier so siehst. So, wir sind auf dem Boot zum Wale besichtigen. Fabian Imidio und Sø. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020